Blockchain Gaming bzw. Play2earn könnte das Spielwesen komplett verändern und das ist mein Game, auf das ich warte. Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei der Kryptoeule. Wie im Vorspann schon erwähnt, Blockchain Gaming bzw. Play2earn könnte die Spielewelt komplett verändern und ich bin sehr gespannt, wie sich dieser ganze Markt entwickelt. Ich habe ja auch schon im Livestream darüber gesprochen, mit Patrick zusammen. Was da auf dem Markt los ist, auf CoinMarketCap hat es eingeführt, einen eigenen Play2earn, eine eigene Kategorie dafür und da stehen schon sämtliche Projekte drin und als letztes hat Axie Infinity gezeigt, was an Potenzial auf diesem Markt ist. Und wir müssen ehrlich sein, bis jetzt sind die Spiele sehr verpixelt und sehr altmodisch. Man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in seine Jugend, wo Gameboy und so rauskam. Habe ich manchmal das Gefühl und denke mir, ja da muss es doch noch mehr geben. Und heute geht es genau um ein Spiel, was mehr kann und worauf Patrick und ich uns sehr, sehr freuen. Und wie es auch im Thumbnail schon zu sehen ist, wir werden es hier auf dem Kanal spielen. Keine Angst, nein wir werden kein Gaming Channel, sondern es geht ja hierbei um Krypto. Und zwar im Vorfeld gesagt, Play2earn. Was ist das eigentlich? Da geht es darum, dass man verschiedene Aufgaben erfüllen muss und dafür Belohnungen bekommt. Oder halt im Spiel, je nachdem was das für ein Spiel ist, Gold oder andere Sachen. In dem Fall, wo wir gleich von sprechen, wird das Gold sein. Dass man im Spiel farmen kann und sobald man es auf einen sicheren Ort gebracht hat, bekommt man diese als den Token, also einen Blockchain Token, dann gut geschrieben. Und diesen könnte man dann auch handeln. Und das ist das Spannende daran. Viele sagen dann, ja ich weiß nicht, ich will eher spielen, um Spaß zu haben. Und ich sage direkt, das Spiel macht mir schon Spaß, nur beim Zusehen. Da bin ich ganz ehrlich. Und weitere Einnahmemöglichkeiten sind die NFTs. Wir wissen, NFTs boomt. Ihr habt ja auch gestern noch ein Video dazu gemacht. NFTs ist am Boomen und das wird ein großes Ding. Und ich glaube, dass in der Spieleindustrie, wir wissen ja, dass EA, also Electronic Arts, sucht ja aktuell einen Blockchain-Entwickler. Und viele spekulieren, dass NFTs bald für EA, wir denken an FIFA, und so weiter, kommen werden. Also das könnte ganz spannend werden. Und genau, das ist die nächste Einnahmemöglichkeit. Man kann im Spiel NFTs farmen. Vielleicht auch separate. In diesem Spiel könnte es ein Haus sein, eine Waffe, ein Tier. Und diese könnte man ja anders farblich als Belohnung bekommen. Und diese dann verkaufen, wenn einer sagt, ey, deine Farben vom Tier gefallen mir richtig gut. Was hältst du davon? Willst du dafür zwei Ether, was weiß ich, als Beispiel. Und das sind die Einnahmemöglichkeiten. Und jetzt würde ich sagen, ich habe schon so lange schon wieder geredet. Und wir wollen eigentlich ja wissen, um welches Spiel geht es. Und ich zeige euch mal einen Trailer. Und ich zeige euch mal offen, um den가 und dann Osten. Und ich zeige euch mal cars zu Ende. Ich zeige euch mal Deviant. Und hier ist ja so. Und ich zeige euch mal. Musik Musik Goldfever, The Promised Land Genau so ist es. Jeder, der das Spiel vielleicht schon mal gesehen hat, der hat vielleicht auch in Verbindung von YouTube mich auch schon in einem Video zu diesem Spiel gesehen, auf einem anderen Kanal, wo ich vorher war. Und ja, es geht eigentlich um das gleiche Spiel, aber es sind natürlich auch viel mehr neue Infos und viel mehr neue Sachen rausgekommen. Und zwar vorweg, wir befinden uns wie gesehen im 1929 in Papa Neuguinea und das ganze Goldfever, also Goldfever ist wieder ausgebrochen und jeder möchte Gold haben. Vorweg gesagt, ich freue mich da wirklich sehr drauf. Wir gehen mal kurz, bevor wir in das Game rein starten, ein paar Infos, ein paar Sachen, wie man Geld verdienen kann und so weiter, würde ich sagen, schauen wir uns mal die anderen Blockchain Games an, beziehungsweise Play-to-Earns Games. Die sehr gehypt sind und ja, die Vergleiche. Und wir sehen hier direkt, the first Blockchain Game. Vitalik was inspirated. Und wir sehen es hier. Axie Infinity, gerade schon gesprochen. Und Alien Worlds. Wir sehen direkt, was direkt auffällt, auch anhand des Trailers, brauchen wir nicht drüber reden. Wir sehen, das ist 3D. Und die anderen sind bis jetzt 2D. Das ist genau das, was ich anfangs sagte. Und die Game-Nische und ich glaube, das ist das Survival-RPG. Wir wissen ganz genau, denken wir an Rust, denken wir an DayZ und so weiter. Survival-Games sind am kommen. Player knows Battleground und so weiter. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr, die mir jetzt gar nicht einfallen. Und genau das ist ein springender Punkt. Diese Spiele-Kategorie hypt. Und deswegen bin ich davon sehr, sehr überzeugt, dass das Spiel definitiv alle bisherigen Outperformen anhand der Nachfrage wird. Und ich glaube auch anhand der Spieler sehr überragend wird. Weil dieses Spiel wird es auf Steam geben. Und das ist ein springender Punkt, was es bei den anderen noch nicht gab. Und dann sehen wir hier, die NFTs, es sind definitiv mehr tradbare Liquidity-Pairs. Das ist auch so eine Sache, dass man auch einen DeFi-Sektor mit drin hat. Und ich glaube, ich bin einfach fest davon überzeugt, dass dieses Spiel sehr viel erreichen kann und wird. Da wir ja durch dieses Video auch schon einige Eindrücke haben, würde ich sagen, ich habe ja am Anfang auch davon gesprochen, wie verdient man da Geld. Und da würde ich ja sagen, gehen wir als nächstes mal drauf. Und zwar, wir sehen hier Collectible NFTs. Ganz oben fangen wir oben in der Mitte an. Dann gehen wir rechts runter. Area Lessons NFTs. Also das heißt, in der Area, wo ich mich gerade befinde, in der Zone, gibt es lizenzierte NFTs. Speziell für diese Zone. Das heißt, wenn ich vielleicht eine separate Zone erreiche, wo vielleicht nicht jeder hinkommt, dann kann ich da NFTs farmen. Der NGL-Token, das wird der Haupttoken sein. Es wird insgesamt drei Stück geben. Jetzt denkt jeder, what, drei Stück? Nein, der NGL wird der Haupttoken sein. Dann wird es zwei weitere geben. Und zwar ein, ja, da geht es mir um das Claimen von Gebieten. Und den dritten, den es einfach den Leuten erleichtert, von Euro in das Spiel zu kommen. Sodass jetzt sagt, hey, ich habe nur Euro. Ich will mitspielen. Und kann dann durch diesen, an dem Spiel teilnehmen. Und natürlich auch an dieser Stelle nicht gesagt, ich muss nicht investieren, um an diesem Spiel teilzunehmen. Das heißt, es ist ein Free-to-Play-Game und ich kann damit Play-to-Earn betreiben. Es ist aber von Vorteil, wenn ich vorher schon in diesem Spiel NGL und vielleicht auch in die, ja, Claim-Token, sage ich mal, wo man rein claimen kann, kommen wir gleich zu, wenn ich darin investiert bin und damit diese schon nutzen kann. Claim-lizenzierte NFTs. Das ist das, was ich gerade sagte. Es wird ein Claim geben. Und zu diesem Claim, also ein eigenes Gebiet. In diesem Gebiet kann ich dann meine Häuschen aufbauen und so weiter. Und in diesem Gebiet muss ich dann mein Gold, was ich auch schon anfangs erwähnte, mein gesammeltes Gold hinbringen. Und da ist es dann sicher und dann wird es mir auch erst gut geschrieben. Also echt interessant. Ich bin sehr gespannt, wie man das umsetzt. Und ja, schauen wir weiter. Dann Charakter-NFTs, also für die Adventures, Tribals, für die NPCs. Und das ist wirklich spannend. Und da kommen wir auch gleich zu, was genau das heißt. Dann Infrastruktur-NFTs für die ganzen Sachen, die es hier gibt. Dann passive Income-NFTs, die Boote, die Pflanzen, die Tiere, das Equipment. Item-NFTs, Waffen, Ressourcen, Crafting Parts, also was man Sachen kann, Tools, Werkzeuge. Und das ist für mich wirklich spannend, weil dieses Spiel wirklich eine breite Masse anspricht. Also das heißt, ich kann jetzt sagen, hey, ich will eigentlich nur die Tiere farmen. Oder ich will eigentlich nur Gebäude farmen und so weiter. Und habe da verschiedene Möglichkeiten dadurch. Dann, jetzt hatten wir gerade schon Tribals, also Eingeborene, kann man das übersetzen. Und die Adventures, also die Abenteurer. Und dann würde ich sagen, wähle eine Seite zwischen Eingeborenen und wähle die Seite der Adventures. Und das ist das Spannende, dass wir genau zwei Paare haben, die im Prinzip gegeneinander kämpfen. Die einen wollen natürlich das Gold behalten und die anderen wollen natürlich das Gold haben. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Und deswegen glaube ich, da wird viel, viel gehen. Und auch spieletechnisch wird da einiges gehen. Dann, bevor wir weitergehen, würde ich sagen, spielen wir noch einen kleinen Film ein. Circa 20 Sekunden. Wie das Ganze im Spiel aussieht, damit man mal ein Gefühl dafür hat. Wie ihr gesehen habt, ist das Ganze wirklich sehr spannend. Und ich freue mich wirklich da drauf. Wir haben ja hier schon mal so eine Landschaft. Das Ganze schon mal gezeigt, wie das Ganze aussieht. Und ich finde, also im Vergleich zu den anderen Blockchain Games, beziehungsweise Play-to-Earn Games, ist das doch schon wirklich sehr schön anzusehen. Wir müssen natürlich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, der jetzt sagt, hey, aber ich will die Top-Grafik von Stardisen und so weiter. Wir müssen ganz ehrlich sein. Diese Spiele entstehen im Prinzip aus dem Boden. Durch die neu erschaffenden Token verdienen die Leute natürlich auch Geld. Und dadurch entwickelt sich das Spiel. Also umso mehr das Spiel angenommen wird, umso mehr kann das Spiel auch entwickeln. Ich glaube, mir fällt da direkt zwei Spiele ein, wenn diese Spiele die Möglichkeit mit den Token gehabt hätten oder genutzt hätten. Es gab es ja damals schon, nur vielleicht nicht so fortgeschritten, wie es jetzt ist. Ich glaube, dann wären viele Spiele gar nicht erst kaputt gegangen. Ich habe da direkt zwei im Kopf. Ja, also wie gesagt, wir werden da auch reingucken, wie gerade gesagt. Und wir werden zusammenspielen. Patrick und ich. Aber wir werden auch Möglichkeiten haben, dass wir zusammenspielen. Es wird nämlich Player vs. Player so Maps geben, wie man es von PUBG kennt. Zum Beispiel Player knows Battleground. Diese rundenbasierten Sachen, wo man dann gegeneinander kämpft. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann könnt ihr auch hier im Stream teilnehmen. Wir werden dann mal kleine Streams machen. Jetzt, wie gesagt, keine Panik. Es wird kein Gaming-Channel. Das ist doch für YouTube nicht so gut, wenn man hier anfängt, jetzt noch Gaming mit reinzubringen. Und ja. Dann diese NFTs, die wir gesehen haben, die in dieser schönen Torte hier waren. Da haben wir ein paar von. Und zwar das hier als Beispiel. Das ist ein Erderüttler. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gold zu fahren. Du hast eine Pfanne, sage ich mal. Das ist so die einfachste Möglichkeit. Und du gehst ins Wasser. Am Anfang wird das auch angezeigt sein. Wo ist die Möglichkeit hoch, dass man Gold findet. Und da gibt es vielleicht auch gewisse Sachen, wo man im Spiel darauf achten muss. Wo, ja, oder was sieht anders aus. Ist es hier tiefer, vielleicht glitzert was, was weiß ich. Das sind so Sachen, die muss man selber herausfinden. Weil irgendwann wird diese Anzeige, wo man sagt, hey, hier ist viel Gold. Oder hier Möglichkeit hoch, dass Gold ist. Diese wird irgendwann aus dem Spiel genommen. Und das ist dann erstmal das Goldschütteln. Wo man dann wirklich, ihr kennt das ja, dieses Sieb, wo man dann da die Goldnuggets rausholt. Und das hier ist die nächste Möglichkeit. Und zwar, das ist ein Erderüttler. Also, das heißt, ich hole mir Wasser, die das Ganze, ja, damit der beweglich bleibt. Und ich tue da Erde rein. Also, wo ich denke, hey, hier ist der Boden, der ist wertvoll. Und dann packe ich das oben rein und rüttel da dran. Und dann kann unten eventuell Gold rauskommen. Oder halt nicht. Oder es wird halt liegen bleiben. Je nachdem. Ich kenne mich da nicht so aus in der, sag ich mal, in der Realwirtschaft. Aber im Spiel bleibt dann entweder Gold liegen oder halt nichts. Vielleicht auch Steine, die man gebrauchen kann zum Bauen. Weil das ist das nächste. Wir wollen natürlich auch bauen. Wir wollen Gebäude und so weiter. Und wir wollen auch craften. Also, wie man es von Rust, für mich ist Rust das perfekte Beispiel, um das Spiel zu beschreiben. Wie man das so kennt, dass, ja, dass man einfach craften muss, dass man Holz sammeln muss. Man muss Pflanzenfasern sammeln, Pflanzen, Beeren, was weiß ich. Und damit können wir dann Sachen craften. Und hier haben wir mal die nächsten. Und zwar, das sind, ja, wie vielleicht im Einspieler gesehen oder vielleicht auch in dem Bild hier. Das sind die Häuschen, die im Hintergrund sitzen. Und da werden auch NPTs drin sein und so weiter, die dann da Sachen verkaufen, wo man Sachen farmen kann, Quests abholen und so weiter. Und das waren dann damals die ersten, also das ist schon ein bisschen länger her, das Bild, waren dann damals die ersten Hütten. Und das werden auch NFTs sein. Also, das sind jetzt erstmal die Hütten von den Trailern. Aber sowas wird es dann als NFTs geben. Und, was mir persönlich sehr gut gefällt und ich weiß, das Video ist schon sehr lang, jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schluss. Ganz zum Schluss haben wir noch einen Trailer, den neuesten. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, wenn wir über NFTs sprechen und da sagen ja auch viele, WoW, also World of Warcraft könnte so demnächst mit NFTs kommen oder irgendwann in der Zukunft. Und dann reden wir von genau sowas hier. Und das finde ich richtig cool, das ist so eine Waffe, die man sich dann craften kann. Ich denke mal, dass dieser genauso, wie er hier aussieht, schon ein etwas besonderer Revolver ist und den nicht einfach jeder bekommt. Jetzt stell dir mal vor, der hätte einen roten Griff, der hat oben noch, weiß ich nicht, Tarnfleck und unten ist kein Kreuz dran, sondern, ich weiß nicht, was da dran sein könnte, ein Rockerzeichen oder was weiß ich, ich weiß nicht. Und dadurch machen es ja diese Waffen so einzigartig, so besonders und dadurch könnte jeder seine persönliche Waffe finden und vielleicht auch erstellen, je nachdem, was da Möglichkeit ist. Aber ich denke mal, eher geht es da um Finden bzw. Quest-Belohnungen. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt schon einige Eindrücke. Okay, also ich kann bis jetzt nur sagen, aktuell sieht es so aus, das Spiel befindet sich in der Alpha. Es gab schon 200 Leute, die das Ganze testen durften. Wenn ihr hier euch mehr für das Spiel interessiert, kann ich euch empfehlen, es gibt auf YouTube schon die ersten Gameplay-Videos, aber das sind nur wirklich so kleine Ausschnitte, mal 10 Minuten, mal angespielt, ein bisschen was darüber erzählt. Halt alles auf Englisch, also im deutschsprachigen Raum ist das, glaube ich, noch nicht angekommen und ich bin davon überzeugt, dass das wirklich ein großes Spiel wird und ja, ich hoffe, wir können dafür einige begeistern und ich glaube, dass diese Art von Spielen sehr viele begeistert. Ich habe mal meinen alten Gaming-Clan ein bisschen darauf heiß gemacht, bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir mal einen coolen Stream hin, aber wenn da Interesse besteht, vielleicht gehen wir dann auf Twitch. Aber hey, wir sind ein Kryptokanal, wir wollen weiter über Krypto informieren und das ist unser Augenmerk und das ist ein schöner, lustiger Nebeneffekt. Früher hätte ich mir vielleicht ein Bein gebrochen, um zu sagen, hey, jetzt zocken wir mal einen Monat oder länger und ja, das ist leider jetzt nicht mehr der Fall. Man ist älter, man ist weiser und sagt, so wie man Zeit hat und genau so sieht das auch bei dem Spiel aus, dass man sich sagt, ich suche jetzt hier die Wahnsinnszeit und ja, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen anfixen. Vielleicht interessiert euch sowas, vielleicht sagt man, hey, das Spiel sieht cool aus und warum nicht ein paar Euros oder Tokens erst mal, man kann sich auch erst mal liegen lassen und gucken, was draus wird, ja, verdienen und fürs Spielen mehr oder weniger bezahlt werden und vor allem diese NFTs könnte auch, ja, eine coole Sache werden. Ich bin da echt gespannt und zum Schluss des Videos schauen wir uns noch den neuesten Trailer an. Den lasse ich euch einspielen und damit lasse ich euch dann allein. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Zusehen und bis zum nächsten Video. Zusehen und bis zum nächsten Video. Zusehen und bis zum nächsten Video.